Yo Leute, Hero Zero Abend, ich begrüße euch meine lieben, ähm, ach ja, ihr wolltet ja Musik, Moment bitte, Moment, ist die Slivki schon Musik übrigens, wer die Slivki schon nicht kennt, ist es sehr niedliche, äh, niedliche Sache, ja, also es ist Tobu, das ihr gerade hört, ich bin mit meiner Energie gleich durch, ich donate sie gerade weg, wie man sieht, habe jetzt 70 Donuts verballert, für ausgesprochen sehr viel Energie, und, äh, bewusst mit Donuts umgehen, ja, bis 250, ja, ich hab ein Ziel in meinem Leben, ich möchte im Wochenturnier auch mal ganz vorne mit sein, wenigstens auf Platz 5 oder so, vielleicht auch auf Platz 1, also Top 10 bitte, und da opfere ich jetzt jeden Tag meine Donuts, das ist mir auch egal, ehrlich, Das möchte ich einmal wenigstens erreichen, so, 10 Energie habe ich noch, die ballern wir hier rein, so, könnt jetzt auch sagen, tschüss, das war's jetzt mit dem Video, aber nein, das mach ich natürlich nicht, Ich hab den Begleiter Valor, hier steht er als Stufe 3, tatsächlich ist er Stufe 12 gerade geworden, durch den Marathon, den ich hingelegt habe, ich bin auf Platz 1 im Wochenturnier, jetzt mit 300.000 Erfahrungspunkten, ähm, hätte mir ja noch ein paar Sachen überlassen können, für jetzt, für die Zeit, aber, bin ja doof, hab das nicht gemacht, so, Super Hero Liga, noch bin ich drinne, mal gucken, wie lange, So, ein bisschen Münzen verskillen hier, wie gesagt, ich möchte einfach mal, auch mal, mit oben stehen, der Homerunner, darf das auch mal wollen, so, gehen wir mal drauf ein, Jordan, vor 4 Minuten, Du bist voll der coole YouTuber, ich mag dich, und ach, und könntest du, was, ich mag dich, ach, und ja, ach, so rum, Entschuldigung, und könntest du mich in einem Video grüßen, Jordan, hey, ich grüße dich auf jeden Fall, coole Sache, Jordan, 159, also ein bisschen höher als ich, ich heiße nicht, Jordan, Free to play, abwärts, der Globus, Instinkt, Yo, Jordan, 20 Ehre würde ich kriegen, wenn ich dich angreifen wollen würde, du spielst nicht auf Ehre momentan, wahrscheinlich bis 250 erstmal, ne? In Zero Zero Late, beziehungsweise Endgame kommen, das wäre auch mal was für mich. Habe ich noch nie gemacht, sagen wir es mal so. So, einmal re-roll ich mal, krieg hier gleich mal das Känguru vorgepatzt, möchte ich nicht haben, danke. Minus, 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 vergiss es. Mir wurde ja gesagt, dass man das Ausweichen-Set leider nur bekommen kann, wenn man es im Shop durch Donutkisten kauft, was ich ja auch schon mal getan habe, sonst hätte ich ja die drei Teile auch nicht. Ähm, ja. So. Ach du Gott. Ich tue mich immer so schwer mit Namen lesen. Aleria? Aleria? Rea? Na? Hey, ich schaue deine Videos jetzt aber statt. Finde ich gut. Kannst du mir generell ein paar Tipps geben zum Schnellleveln? Level mich irgendwie nur drei Level am Tag, torts von der Energie. Das kenne ich, das mit den drei Leveln. 119! Aka Pandora. Ey, Pandora. Was geht? Du hast vergessen einzutragen, wann du Level 100 geworden bist, Pandora. Aleria. Ähm, generell konnte ich set rein und schwere Missionen machen, beziehungsweise halt Missionen machen, die möglichst viele Erfahrungspunkte geben. So 1000 EP wäre natürlich wünschenswert, gibt es aber oft nicht. Also ab 500 mache ich eigentlich immer. Entweder nimmst du den Heldensinn, so wie ich jetzt gerade beim Durchdonnerten, oder du nimmst einfach das Firefox Plugin, das Lazy Hero Teil. Ist auch legal, so ich weiß. Oh, die beiden Herren sind auch stark, aber obwohl der Master, der hat gerade ein Kondi-Gear drin. Nice. Den letzten Ball wollte ich dir auch zeigen, und zwar wenn du hier, sagen wir mal, ich gehe auf ihn von unserem Team, wenn du auf einen anderen Helden gehst, der letzte Ball ist auf dem Fähigkeitssymbol von dir selbst dann. Du musst ein anderes Heldenprofil besuchen und dann auf deine Intuition gucken. Da ist der letzte Ball und dann hast du den Begleiter Wallow. Ich habe ihn heute geholt. Ich freue mich über den Kleinen, ich mag ihn. So, wo sind meine Wurfwaffen? Da. 158 tatsächlich geworden. Hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gedacht, dass ich jetzt 158 werde. So, ein Sondereinsatz Spezial ist ready. Mal natürlich auch gleich, sind auch EPs zum Mitnehmen. Außerdem habe ich die Chance, da wieder Setgegenstände rauszuziehen. Für meine weiteren Sachen hier. Ich habe hier, wie man sieht, die Teile habe ich ready. Hier habe ich einen Teil ready. Also ich sammle auch so ein bisschen für die Verkaufs-Con. Und ein paar Gears habe ich auch ready. Ein paar Upgrade-Gears. Die EC-Con ist ja, sich die Teile zu bauen in der Werkstatt. Also macht das ruhig. So, ich muss die Tage dann auch nochmal Donuts aufladen. Ich werde da einmal 50 Euro für opfern wahrscheinlich. Mein Gott, wenn du wenig Zeit hast und trotzdem ein Ziel erreichen möchtest, musst du auch mal mitleben. Und ganz ehrlich, würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde es schaffen, ohne das. Würde ich nicht, weil die Zeit habe ich einfach nicht. Ich arbeite acht Stunden am Tag, acht und halb. Und das in einem Beruf, wo man nicht am Handy sitzen kann. Und ich es ehrlich auch nicht möchte. Also, wer es noch nicht weiß, ich arbeite im Erziehungssektor in einer Kindereinrichtung. Von daher. Nein. Nein. Das passt nicht. Deswegen. Euro-Siro am Abend für nebenbei. Und dann den Rest durch Donutten. Das kriege ich hin. Und da lade ich einmal 50 Euro für auf. Sonst ehrlich, dass mir das Geld auch nicht zu schade zu. So, ein Conny-Gürtel. Halt. Plus 31er Schuhe. Jawohl. So, jetzt haben wir hier so gut wie alle Masken am Start. Es sind alle Masken am Start. Es ist einmal wieder ganz toll. Alle Masken hier am Start. Sehr schön. Plus 13er Lippenstift. Plus 68er Gürtel. Minus 100er Gesichtsmaske. Später einlösen die TE. Weil das schaffe ich generell nicht. Eine Energie habe ich im Speicher. Wann mal was? Wie viel? Bis 25. Achso. Du hast noch nur... Moment. Wie viel habe ich im Speicher jetzt? Ne. 50 Energieleute. Die muss ich rausholen. Die muss ich rausholen, damit der Speicher sich wieder vergrößern kann. Noch ist der Helden-Sinn aktiv. Komm. Nochmal nachgenattet. Entschuldigung. Das ist zu blind war gerade. Guck dir das an. So schmelzen die Donuts. Aber hey. Keine 100 Donuts verbraten. Das heißt, wenn ich mir 800 auflade bei Donuts für 50 Euro, reicht das easy aus. Wie gesagt, das stört mich auch nicht. Ich möchte es halt einmal wirklich haben, dass ich oben mitstehe. Auch zur späten Zeit von Hero Zero ist es gut möglich, mal oben mit zu sein. Drei Energien. So. 159 tatsächlich erreicht. So. Ich hab manchmal so das Talent und mach das falsch, weißt du was, hier, komm, pass auf, jetzt hier ohne Conti-Set krieg ich aufs Maul, pass auf, ja ohne Conti-Set krieg ich easy aufs Maul. Der wird bestimmen. Komm ich brauch etwas mit zwei Energie. Zwei Energie, nicht drei, da, danke, was sind das hier, Donuts, 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 so, hier, Garfuss ist hinter mir, wo willst du hin Garfuss, geh weg, ich will dich nicht. So, Spaß beiseite, Sonde-Einsätze sind durch, 21 Stunden noch, bis zum nächsten hier, probieren wir das hier mal, jetzt aber, jetzt aber, hier 22.000 EP, danke, und ein Pfefferspray hinterher, bis 35, umhangen, minus 22, Pfefferspray, da ist auch kein Sockel drauf gewesen, so, welche Maske war das, war das die hier, minus 83, minus 92, ultimatives Powerset, mhm, minus 83 tatsächlich, aber, da kann ich ja mal den Mantel-Dings reinmachen, habe ich den Mantel, Schuhe, Umhang, plus 102, Attribute plus 125, modifizieren, so, und ich denke, wenn ich hier, warte mal, jetzt mal hier mal aus dem Fenster lehnen, ultimativ, minus 83, wenn ich hier, mal den da benutze, den Tacker, und dann die Maske modifizieren, ach quatsch, den da, modifizieren, das da reinbringen, wusste ich's doch, meine Damen und Herren, wir gehen auf ein neues Set zu, das ultimative Powerset, wer hätt's gedacht, ich werd's stärker, so, speziell hier hinten 145, lange hier nicht gemacht, Leute, das wird schon wieder eine sehr lange Folge Hero Zero hier, hier, ich helfe euch gerne bei den Batterien, huch, huch, jetzt geht's aber hier ab, Multitasking und so, ich krieg grad einen Knoten in der Finger, 99 Donuts noch, also 100 hättest du heute schon verbraten, minus 200, jawohl, kann ich die Schuhe nicht auch modifizieren, habe ich da nicht viel von, ja, hier, 100, äh, nehmen wir den mal mit rüber, hier, es ist doch für die Schuhe, oder, ja, 1 und 3 von, also jetzt mal ehrlich, bisschen stärker werden darf man doch, mal hier, guck mal hier, guck mal hier, hast du den gesehen, der Runner wird wieder stärker, nur weil er seine hässlichen Modifikatoren endlich mal wieder benutzt, weißt du, hat er jetzt auch mal wieder eine Chance hier, der hat glaub ich Kondi an, ja, kacke, tschüss Wurfwaffen, ich hab jetzt die Möglichkeit wieder gegen alle anzutreten, nice, danke dafür, 8 Wurfwaffen, Oh! 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 Alter, passt auf hier! Der Runner ist am Start, immer noch, immer noch, immer noch, 163, ne, das war jetzt zu viel aber, hey! Wochenturnierplatz 1 So geht das hier Wie gesagt Leute Ich werde es probieren Morgen sehen wir uns Habe ich noch was vergessen? Habe ich noch jemanden vergessen? Hansi Gestern Nein Alles easy Wünsche euch einen schönen Abend Ciao